Charlotte Hornets unterliegen die Minnesota Timberwolves 123 zu 136, dann um 2 Uhr Oklahoma City Pfander gewinnen gegen Washington Wizards nach Eurotime 121 zu 116, dann Indiana Pacers unterliegen die Toronto Raptors ebenfalls nach Eurotime 117 zu 119, Memphis Grizzlies unterliegen die Atlanta Hawks 115 zu 121, dann um 2 Uhr 30, San Antonio Spurs verlieren gegen Boston Celtics 122 zu 133, dann um 3 Uhr Utah Jazz verlieren gegen New Orleans Pelicans 126 zu 135, Denver Nuggets verlinken gegen Milwaukee Bucks 121 zu 123, dann um 4 Uhr Golden State Warriors das schlagen die Portland Trailblazers klar 121 zu 99 und um 4 Uhr 30 Los Angeles Lakers gewinnen gegen Sacramento Kings 121 zu 112, so das war's von NBA Woche 6 Teil 2 von Teil 3 Prediction Season 2021 2022, so lasst ein Like da, lasst ein Obo da, ciao! 3